Freunde ich bin fix und alle. Es kommen neuerdings Tools auf den Markt, wo du dir denkst, sag mal wie geht das denn? Hör doch auf! Habt das gesehen? Ich habe es einmal nur rübergezogen. In diesem Video will ich dir jetzt ein Tool vorstellen, mit dem du freistellen kannst, aber auf eine Art und Weise wie du es wahrscheinlich noch nie gesehen hast. Das ist so abgefahren. Ich würde dich wirklich bitten, schau das Video bis zum Ende. Ich habe auch keinen Deal mit der Software oder mit dem Tool oder was immer dieses Ding ist. Ich werde nicht bezahlt. Ich habe es gestern entdeckt. Der Hasan hat mir das geschrieben per E-Mail. Grüße gehen raus und ich habe es mir direkt gekauft. Irgendwie im Jahr 40 Euro. Leute, lasst mich das jetzt zeigen. Ich muss jetzt zwischen mehreren Kameras hin und her wechseln, weil du kannst etwas abfotografieren am Handy und das dann auf den Computer ziehen, indem du das Handy rüber. Ihr müsst es sehen, aber tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen durcheinander komme mit diesen ganzen Aufnahmegeräten. Wir fangen mal ganz einfach an, indem ich mal auf meinen Bildschirm gehe und euch das Tool in der in der einfachen Version zeige. Aber die ist schon geil. Ich habe jetzt mal hier so ein Bild rausgesucht von mir. Das ist jetzt nicht höllisch schwer freizustellen und es geht jetzt auch nicht darum, dass ich ein Artwork erstellen will. Ich will irgendwie einen Flyer oder eine Grafik oder irgendwas erstellen und dieses Tool heißt Clip Drop. Das habe ich jetzt schon und jetzt gehe ich mal hier auf Clippen und dann kannst du alles, was auf dem Rechner ist. Einfach markieren und das Tool stellt es frei innerhalb von wenigen Sekunden. So, ich kopiere mir das in die Zwischenablage, gehe jetzt in Photoshop und sage einfach nur bearbeiten, einfügen. So, da ist es. Wir machen es mal ein bisschen kleiner. Wie gesagt, das ist schon geil. Ey, das ist schon geil. Also klar geht es hier und da besser. Vielleicht fehlt mir ein Haar oben. Aber ich finde das schon mal gut. Aber jetzt, Freunde, jetzt kommt der Oberhammer. Passt mal auf. Das ist abgefahren. Dazu muss ich auf mein Handy gehen. So, ich versuche das jetzt mal hier zu machen. Jetzt seht ihr mein Handy. Und jetzt passt mal auf. Das Tool solltet ihr auch auf dem Handy haben. Und ihr seht es hier. Clip Drop. Ich habe es auf dem Computer und auf dem Handy. Okay? Und jetzt aufgepasst. Ich zeige euch jetzt mal was. Das ist abgefahren. Das habe ich noch nie gesehen. Ich öffne dieses Tool. Habe jetzt hier meine Kamera. Seht ihr alles, ne? Jetzt mal angenommen, ich möchte das Mikrofon freistellen. Entschuldigung, jetzt kommt auch wieder eine Promo. Rote. Aber egal jetzt. Werd ich auch nicht bezahlt. Achtung. Clip. Nochmal. Ah, ich muss aufs Bild klicken. Clip. Und jetzt guck. Jetzt nehme ich das. Ich gehe an den Computer. Ergänze. Ich sage Drop. Freunde, jetzt muss ich ganz kurz auf den Computer wieder wechseln. Da ist es. Copy to Clipboard. Bin ich auf dem Computer? Seht ihr, ne? Achtung. Bearbeiten. Einfügen. Da ist es. Ey. Willst du mich verarschen? Da ist es. Mein Mikro. Hört doch auf. Habt ihr es gesehen? Ich habe es einmal nur rübergezogen. Warte mal. Machen wir mal ein Mikro weg. Ich kenne was Besseres wie ein Mikro. Ich gehe nun mal. Halt. Ich gehe nun mal auf meine Handykamera. Pass auf. Da ist es wieder. Jetzt nehmen wir mal mein Buch. Das ist jetzt ein bisschen einfacher. Aufs Bild. Clip. Wupp. Und. Wo ist der Drop Button? Drop it. Drop it like it's hard. Drop it like it's hard. Achtung. Schwuppdiwupps. Da sind wir. Copy to Clipboard. Bearbeiten. Einfügen. Let's go. Hi-Res. Ey. Geiles Buch. Warte mal. Wir gucken mal. Es ist okay. Es ist okay. Selbst vor schwarzem Hintergrund. Das ist okay. Das ist halt. Na klar ist es nix high-end mäßiges. Aber Leute. Für Vorschau, Bilder, für Grafiken oder was auch immer. Ey. Jetzt. Jetzt mal ehrlich. Meine Aufgabe ist es hier nicht. Äh. Ich drehe hier alles zusammen. Ich drehe hier alles zusammen. Meine Aufgabe ist es hier nicht, ein überkrasses Review zu machen. Mach das selbst. Als ich das gesehen habe, ich würde jetzt am liebsten durch die Gegend rennen und alles nur klippen. Das ist der Wahnsinn. Ich feiere es ab. Hassan, danke, dass du mir diese Nachricht geschickt hast. Ich glaube, deine Tochter hat dich darauf hingewiesen, auf das Tool. Ich finde es der Hammer. Und wie gesagt, ich habe mir gleich eine Mitgliedschaft geholt. Ich glaube, 30, 40 Dollar im ersten Jahr. Das ist doch verrückt. Ich klippe jetzt erstmal alles, damit Vorschau, Bilder erstellen, Infografiken, Präsentationen, wo man es reinziehen kann. Ich bin fix in alle. Was habe ich mir früher Mühe gemacht mit dem Freistellen? Ja, wo kommen wir denn da hin? Ich wollte es euch einfach nur zeigen. Probiert es selber aus. Hey, falls da jemand von ClipDrop zuschaut, ich sollte euch eine fette Rechnung jetzt schicken. Ich habe nur nicht mal einen Affiliate-Link oder irgendwas, aber ich mache es ja auch nicht, um Geld zu verdienen, sondern um euch darauf hinzuweisen, was es da draußen alles gibt. Daher Video gerne liken, auch wenn es jetzt kein Affiliate, nichts, keine Kooperation. Ich schreibe wahrscheinlich trotzdem irgendwo rein Dauerwerbesendung, weil ja auch Rode zu sehen war und was weiß ich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Testen. Schreibt mir gerne Feedback, wenn ihr noch mehr krasse Tools kennt. Schickt sie mir per E-Mail zu. Ich mache das hier gerne zugänglich. Das war für mich neu. Dieses Drag and Drop rüberziehen, das ist crazy. Bis zum nächsten Mal, Freunde.